Okay, wir haben genug Geld gesammelt und auch genug Drogen heute. What? What's shaking, Mama? Ja, gleich. Ich biete Stress in mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Unsere Konkurrenz hat viel zu lange gebraucht, um sich von diesen Flaschen alten Fussels zu trennen. Jetzt da wir sie erspäht haben, werden sie für ihn fehlbezahlen. Ich schließe den Bus ab. Und noch zwei Leute, das ist mir zu heikel. Aber wir können Touchdown anrufen. Bezahlt mit Drogen. Warte bis morgen, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich auch, wie es aussieht. Macht Feierabend. Tag 11 Armee aufgewertet. Deine Soldaten wurden auf die normale Stufe aufgewertet. Armee steht in 1, wurde abgeschlossen. Haben wir zwar wieder mehr Soldaten, aber... ...zu wenig Geld, um anzugreifen. Deswegen muss ich hier erstmal alles verkaufen. Damit wir hier ein bisschen... ...verteilen 15 Stück. 27 21 ...alsonsten verlieren wir hier alles. Unsere Armee ist Stufe 2. Wir haben hier 15 Leute. Wir haben 27. Das sollte eigentlich machbar sein. Eigentlich. Auch wenn ich das nicht glaube, aber gut. Wir müssen es versuchen. Ich werde viele Leute hier sterben. Aber gut. Ich werde es versuchen. Der Team ist Toast, wer hat die Big D? Wir haben die Big D. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft, ok. Und nur 3 Leute, glaube ich, gestorben, wie es aussieht. Nautilus Keys steht noch immer unter unserer Kontrolle. 3 Soldaten verloren, 17 Chicos besiegt. Wenigstens einmal was Gutes gemacht. 21 Leute, 13 Leute, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3. Wir haben ein Problem. Dieses Gebietskampf-Ding finde ich ein bisschen schwierig. Worte viel Geld. Kleine Geschäfte, die in einem kleinen Komplex untergebracht sind. Der Schlüssel ist der Schlüssel zu allen. Überfallt die Strip-Mall. Team aus zwei oder wenigen Kuhmitgliedern. Schwer zu entdecken bei Tarnung. Schwer zu entdecken. Schwer zu entdecken. Schwer zu entdecken. Schwer zu entdecken. Mit Densai bitte. Die Strip-Mall war ja bisher immer ziemlich einfach. Das, glaube ich, bloß drei Guards gibt. Oder vier. Wo man da eigentlich, wenn man einmal rein ist, ziemlich schnell mal Geld rausholen kann. Die Plaza ist aus Zivilisten. Es ist die perfekte Zeit, um etwas Lötchen zu erhalten. Es gibt verschiedene Strukturen und Verhältnisse in diesem Komplex. Mal sehen, was wertvoll ist. Ich hoffe, ich verliere die Zeit jetzt nicht. Ich habe zwei Guards vorne. Viele Zivilisten. Das war scheisse. Das wollte ich nicht. Ich habe die falsche Tasse gedrückt. Scheisse. Ich habe die falsche Tasse gedrückt. 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 Ich schnauze das! Ich bin es auf der Grund. Es ist gerade gedrückt. Ich werde es beide ab Fuck, down! Fuckin' bastard! Was ist unser Escapt? Was ist unser Escapt? ...Wit your hands up! Woohoo! You'll be trying to you momma when I don't. Walk out slowly without your hands up! Hahaha… The Hostiles are preparing to blitz. Quite a few boxes to sort through. Looks like this will actually be work. Ich habe einen Bruch! Follow me! One! Change of a clip! Half the bags are loaded in. So we got four. Jungen! Why do they come everywhere? Okay! Here they come! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! See them? Targeting covers. Die, motherfucker! Die, motherfucker! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! And fuck your mom, too! Die! Fuck you! Come on, come on, come on, come on! Come on, come on, come on! What in the name of fuck? I ain't worried about motherfucking shit! Perhaps our intel will the value to this undertaking is overestated. Yo, fuck! Gotta reload! Ich glaube, ich sollte eigentlich theoretisch gehen. Aber ich bin gierig. It'll take it done! Fire in the hole! Let's go! Follow me! We got enough! Are you certain? Are you certain? Yes! Woo! Yeah! You've got enough. Thank you. Wow, do you see that? Can you see anything? No, I'm not too kidding. We ate it and that's all there is to it. I had to go out, as I could. Fuck. French Fry is dead, Fleischer is gone. Fuck. Typisch, I. I don't cross my teeth. I don't dot my eyes. Won't say pretty please. Speaking little white lies. I've got a rebel soul. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020